Musik Der Wilhelmshof in Siebeldingen ist eines der höchst prämierten Güter Deutschlands. Eines der Geheimnisse des Wein- und Sektgutes an der südlichen Weinstraße ist, es ist alles aus einem Guss. Die Erfahrung bei der Weinbereitung auf dem Hof reicht zurück bis in die Zeit vor dem 30-jährigen Krieg und das Beste aus Tradition und Moderne ist für die Winzerfamilie gerade gut genug. Schon die alten Handwerksknechte wussten Bescheid. Der Hof da unten im Tale, dem Wilhelm seiner, war berühmt für seine Gastfreundschaft. Das ist bis heute so geblieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017